So im heutigen Video sind ein paar kleine Ruckler drinnen, Grund dafür ist in der Videobeschreibung, ja ich konnte es einfach nicht anders lösen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Video schön genießen könnt und ja, viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Mario Party und wir haben eine 3 gewürfelt, das ist nicht allzu gut, aber ist in Ordnung. So, ich habe das Spiel schon seit der letzten Aufnahme nicht mehr gespielt. Äh, ich hoffe es ist ein neues Spielmodell dazugekommen, wobei, ja auch die, die da sind bisher, sind ja nicht schlecht, so ist mit, wa? Okay, ich bin schon mal erster, das ist nicht schlecht. Shit, ich war erster, da war ich zu viel, da war ich zu gierig. Na, ich arbeite mich langsam vor, aber, vielleicht werde ich immer noch dritter. Ja. Na, komm schon. Nein, nein, ich bin fünfter. Na, shit. Schade, siebter war ich jetzt am Ende. Okay, perfekt. Ich war zwar gerade noch fünfter, als ich gestartet bin, aber, was willst du machen? Äh, hell! Noch eine 3, super. Danke. Och, nee. Ich wollte doch hier cooles Entertainment bieten, jetzt kommt so ein Kackspiel. Was ist daran falsch? Ich checke es nicht. Okay. 97% waren richtig, egal. Das passt noch einigermaßen. All right. Dritter Platz. Okay. Und als Belohnung eine 2. Dankeschön. Und, okay, eine 3. Immerhin noch. Yo. Nicer Bug. Hat gerade gar nicht geruckelt. Ah, ja. Super. Alter, das ruckelt so krank. Junge. Seriously? Junge, was willst du da machen? Hm. Komm her. Ach, komm schon. Das kann doch nicht sein. Irgendwie so lädt das so ewig. So, komm jetzt. Okay. Okay. Na, shit. Beeil dich, komm. Ja, alter, holy shit. Allein schon in Ladezeit bin ich locker 50 Leute umgebracht. Eine 1, ja. Was Gutes würfel ich heute, glaube ich, nicht mehr. Das, ähm, besser wird's nicht mehr. Ne? Besser wird's nicht mehr, Leute. Eine 5. Ich kann ja doch gut würfeln. Nice. Ja. Ich freue mich so. Irgendwie dumm bin ich eigentlich. Naja, dritter. Egal. Das passt schon. Aber hätte ich da noch 5 Sekunden länger überlebt und es wäre locker drin gewesen. Welch erster? Nee. Eine 4. Okay. Und? Eine 3, bitte? Eine 1. Danke. Können wir kurz darüber reden, wie geil die Sonne aussieht. Also jetzt gerade nicht, wo es gerade dunkel war. Laser Tag. Kenn ich das? Scheinbar. Ja, ich habe einen Rekord. Ach doch, 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 ja. Ich erinnere mich. Lol, man kann auch damit hinten direkt. Das funktioniert auch. Als ob. Na. Okay. Ja. 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 Ein zweiter. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich sehe gerade keinen mehr. Nein. Okay. Es ist mit dem Nahkampf es eigentlich fast besser sogar noch, als auf Long Range zu gehen. Weil sobald man sich halt ein bisschen bewegt, also der Gegner, trifft man halt nicht mehr, ne? So. Okay. Komm, komm, komm. Nicht so lange laden. Nein. Komm, stirb. Ach, come on. Das kann nicht wahr sein. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ey, man kann sogar mit Crit kann man sogar One-Hitten dann. Persönlicher Rekord, 20. Ja, kann man mit leben. Ey. Ja. Ja. Nicht Spaß. Aber ich bin schon mal Sechster und der erste ist 22 Felder nur vor mir. Das ist nicht so viel. Also das kann man relativ schnell sich so erarbeiten, die 22 Felder. Der erste darf jetzt halt nur nichts mehr gewinnen und ich muss alles gewinnen, aber dann geht es relativ flott so. Drei Züge oder sowas. Oh. Kritisch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wie kann das der erste Jump sein? Direkt was? Oh, Gott sei Dank. Nicht mehr letzter. Aber was ist das für ein erster Jump? Wo man direkt schon so halber Profi sein muss. Aber was ist das für ein erster Jump? Gut, dann muss ich es dir machen. Nein! Nein. Gut. Halt. Steigt nicht? Mehr auf. Nein, nicht mehr drauf. Wir sind hier auf, auf. Nein, wir sind hier. Wo ist es? Das ist Nein! Junge, das kann nicht wahr sein. Wie kacke kann man es eigentlich verkacken? Das hat auch immer mega geleckt. Ah, das fängt schon gut an. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, war eine schöne Runde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Man sieht sich. Ciao. Ich bin 8er. Perfekt, noch eine Runde. Eine 6, Junge. Die Runde, die wird's. Die wird's absolut. Und was ist das für eine Map? Holy shit. Außer, bist du's? Ja, besser war es nicht, aber wenn man wirklich 5 Sekunden braucht, um zu respawn, ist es auch ein bisschen kacke so. Nochmal, alter. Ich mach alles wett, was ich in der letzten Runde für eine Scheiße gewürfelt habe. Perfekt. Ja, okay. Okay. Alles noch gut. Ja. Alter. Ich hab's ihm sowas von reingedrückt. Alter, das ist nicht wahr. Vierter. Vierter. Ja. Mega unbelohnend. Knock out. Ausgenockt. Easy, alter. Uff. Das war nicht mein Kill. Was? Das ist ja lächerlich. So. Komm, flieg. Okay, ist auch weg. Immerhin. Oh, ist auch nicht selber weggeboostet. Leu. Jetzt, komm, flieg doch runter. Okay. Ja, ist weg. Weg mit dir. Ey, wieso überlieben die das alle immer mit dem TNT? Ist ja mega kacke. so viel. Oh, der hat 44%. Haha. Ja. Ja. Nein! Doch! Ei! Knapp. Tschüss. Und tschüss. Komm, flieg runter. Ist okay, Opa. Ey, das war unfair. Alles klar. Zweiter, okay. Kann ich mit leben. Mit dem Würfel Glück kann ich allerdings nicht leben. Das ist echt kacke. Komm, jetzt nicht zu viel wollen. Also Taktik. Beeilen. Nicht zu gierig sein. Und einfach alles wegnatzen. Zweite Regel gebrochen schon. Ups. Na, dritter. Oh, dritter. Lol. Oh, dritter. Und. Danke, Bowser. Danke. Wirklich. Was habe ich dir getan, Bowser? Was habe ich dir getan, Bowser? Wir können über alles reden, okay? Du musst nicht aggressiv gegenüber mir sein. Dann schlage ich dich auch nicht. Wir können über alles reden, Bowser. Okay? Alles gut. Alter, das ist doch nicht wahr. Alter. Ach nee, Junge, kann man bitte nicht in ein gescheiter Spielmodus kommen und nicht so eine dumme Scheiße hier? Als ob ich irgend so ein gutes Gedächtnis hätte. Come on. Vierter, ey, es ist so unbelohnend. Ey, das kann man nicht machen. Das geht doch nicht. Siebter. Also, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine Steigerung um einen Platz. Vorbei war ich 8er, jetzt bin ich 7er. Sicherlich nicht meine Bestleistung. ADHS-Alex hat auch vollkommen recht, finde ich. Und ja, kleine Sache noch. Ich kann nächsten Samstag kein Video raushauen, weil ich die ganze nächste Woche nicht hier bin, sondern auf einem Tennis-Camp und wäre zum Tennis-Assistenten ausgebildet. Entsprechend habe ich da keine Zeit für ein Video, weil ich nicht da bin. Und vorproduzieren ging jetzt auch nicht, weil ich relativ viel Zeitdruck hatte. Ich hatte viel zu tun. Deswegen kommt nächsten Samstag kein Stream, dafür, äh, kein Video, dafür eventuell ein Stream. Ähm, muss ich aber spontan entscheiden, wie ich das Ganze mache. Über Twitter halte ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Folgt mir da auf jeden Fall. Und dann verpasst ihr sowieso nichts mehr. Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten, haut rein. Bis dahin und ciao.